Willkommen in Deutschland! Das ist ein Auto. Das ist ein Haus, in dem ihr wohnen könnt. Das ist der Kölner Dom. So könnt ihr jemand anderen begrüßen. So könnt ihr euch vorstellen. So könnt ihr jemand anderen fragen, wie er heißt. So könnt ihr jemand anderen fragen, wie alt er ist. Tschüss! Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.